so moin freunde hier mal für euch einmal gezeigt schon mal die kleinen sneak peek von der bahn die sieht halt richtig richtig cool aus und vielen vielen dank an georl steiner manscape und hello fresh dass ihr das möglich macht sehr sehr nice 18 uhr geht es los freunde schaltet ein team blau wisst ihr bescheid könig ja also ich glaube ich versuche es mal in den wachstuhl muss man nicht für die menschen ja vor allem ist die öffentlichkeit nicht so das ist meistens so aber das wäre ja nicht auf dem zeichen Inzwischen, also in der Meinung oder auf der anderen Seite. Beides ist ja nicht gut. Ja. Also nicht vertreiben, warum nicht. Oder wie lange genau.